Ein Austausch mit Menschen ist für mich extrem wichtig und das sind für mich alle Arten von Personen, sei das Junge und Alte. Jung und Alp finde ich sowieso ein sehr spannendes Thema. Wir haben mit Tybach auch schon Konzepte gemacht, bewusst mit Jung und Alp zusammen. Ich geniesse es, wenn ich mich austauschen kann mit Leuten, die sich mit den Kindern beschäftigen, sei das Spielgruppen oder sei das mit Verantwortlichen der Kindertagenstätten. Ich geniesse es aber auch gerade so, wenn ich bei Jubilaren vorbeigehen kann, wo 80, 85, 90, 95 werden. Ich gehe aber nicht nur vorbei, wenn es etwas zu feiern gibt, sondern ich finde auch einen Austausch ganz spontan extrem spannend, weil die älteren Leute mir vielfach auch Geschichten unserer Gemeinde erzählen, die ich trotz 14-jähriger Tätigkeit als Gemeindepräsident noch nicht kenne. Ich liebe diesen Austausch mit allerlei Menschen. Ich denke, es waren 450 oder 460 Einwohner. Aufmerksamke. Aufmerksamke. Vielen Dank.